Der pH-Wert, ich habe den, der pH-Wert wird zukünftig jetzt immer mit pH abgekürzt. Der pH-Wert, ihr solltet im Wasser einen Richtwert von 7,0 bis 7,4 einhalten. Ich habe jetzt mal hier diese Farbskala, sage ich jetzt mal, selbst erstellt, um euch das zeigen zu können. Man muss ja aufpassen mit den Copyright-Rechten. Und zwar 7, ein pH-Wert von 7, da spricht man von einem neutralen pH-Wert oder vom neutralen Wasser. Alles, was unterhalb von 7 liegt, also unterhalb von 7 bis 1, ist schwach bis stark sauer. Sauer in dem Falle, jeder hat schon mal von einer Säure gehört. Eine Säure ist immer unterhalb vom pH-Wert 7 angesiedelt und zu finden. Auf der anderen Seite, oberhalb des pH-Wertes von 7 bis 14, reden wir von einer basischen Lösung, schwach bis stark. Basisch sind Laugen. Laugen hat auch schon jeder mal gehört. Oder auch einfach Seifen. Seifen sind basisch. Das heißt, sie haben einen pH-Wert oberhalb der 7,0. Und wenn ihr jetzt euer Poolwasser im optimalen Bereich zwischen 7,0 und 7,4 eingestellt habt, dann liegt das vom neutralen Wert 7,0 ausgesehen im basischen Bereich. Also 7,0 ist ja neutral und alles darüber hinweg wird leicht basisch und immer stärker. Das heißt, wenn ihr einen pH-Wert von 7,8 habt und ihr den senken wollt mit dem sogenannten pH-Senker, dann ist der pH-Senker im Endeffekt nichts anderes wie eine Säure, die ihr dem Wasser hinzufügt. Und dadurch wird das Wasser etwas saurer sozusagen. Also wird von dem basischen Bereich rüber zum sauren Bereich wandern. Somit senkt sich dann der pH-Wert von, ich sag jetzt mal, 7,8 auf 7,2. Also geht Richtung neutral. Wenn ihr immer mehr dazu geben würdet, würde der immer weiter in den sauren Bereich abfallen und irgendwann unter die 7,0 fallen. Wollt ihr hingegen den pH-Wert anheben, macht ihr das ja mit einem pH-Heber. Und das ist im Endeffekt nichts anderes wie ein basischer Stoff. Das heißt, ihr gebt mehr Base ins Wasser hinein, somit steigt der pH-Wert wieder. Kommen wir dazu zu den Auswirkungen. Was passiert, wenn der pH-Wert unterhalb der Grenze von 7,0, also unterhalb der neutralen Grenze liegt? Dann kann es zur Korrosion des Metalles führen, sprich das Metall kann anfangen zu rosten. Zudem greift es Fugen und Mörtel an. Das heißt, wenn euer Wasser zu sauer, also unterhalb der 7,0 liegt, kann es dazu führen, dass euer Stahlwandbecken anfangen kann zu rosten. Habt ihr irgendwelche Stahlarmaturen oder sonst was da in der Nähe oder eure Leiter, kann die anfangen zu rosten. Wir reden jetzt natürlich nicht von einem pH-Wert von 6,9, da passiert so schnell nichts. Sollt ihr aber stärker abfallen, kann es zu Oxidation, sprich zu Rost führen. Liegt der pH-Wert oberhalb der 7,4? Auch da reden wir jetzt nicht von 7,5 oder 7,6, sondern weit drüber, ich sag mal 7,8 aufwärts. Haben wir das Problem, dass wir weniger HOCl, sogenannte hyperchlorige Säure im Wasser haben. Dieser Begriff HOCl, hyperchlorige Säure, wird noch öfter fallen, weil das ist wirklich der aktiv wirksame Chloranteil in eurem Wasser. Also das ist der Anteil, der desinfizierend wirkt. Dazu später aber mehr. Das Problem hier an der Stelle ist, je höher der pH-Wert, desto geringer ist der Anteil des aktiv wirkenden Chlors in eurem Wasser. Zudem kommt es bei einem stark erhöhten pH-Wert im Wasser ab 8,4 und aufwärts zu Kalkausfällungen. Das bedeutet, erstmal wird euer Wasser trübe werden und ihr werdet nachher Kalk auf der Folie oder auf den Wänden im Pool und am Boden wiederfinden. Das merkt ihr meistens daran, dass die Wände rau werden. Nicht schön. In beiden Fällen, egal ob der pH-Wert jetzt stark unterhalb der 7,0 oder stark oberhalb der 7,4 liegt, kann es zur Reizung der Haut und der Augen führen. Also wie gesagt, jetzt macht euch keine Sorgen, wenn ihr 6,8 oder 6,9 habt oder 7,5 oder 7,6, das ist noch alles in der Range. Das hat andere Nachteile noch, ja, aber das heißt nicht, dass direkt, weil ihr 0,1 oder 0,2 im pH-Wert daneben liegt, dass direkt eure Augen anfangen zu brennen. Es sollte halt nicht allzu stark abweichen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.